Alter, sind hier viele Creeper, ey. Machst du doch eine. Das mach ich mal schnell. Ich brauch erstmal Licht in mein Zimmer, sonst kann ich nicht schreiben. Ähm. Er fragt mich, warum wir nur kein Lava dazu können. Wir können doch keine Schiene lassen. Boah, das eingestellt ist bei Permission Spanning. Das ist Standard Einstellung. Christian muss nur da immer herkommen. Ach, ne. Doch. Ich muss das Haus mal umbauen, ey. Ist das schlimm, ey. Okay. Okay. Das ist schlimm. Das ist auch so scheiße, wenn man es sieht, ey. Okay. Ah, das ist immer dieses Problem, dass es so eintönig wird. Hm. Jetzt muss ich mit dem Weg zu meiner Wasserquelle freikämpfen. Oh. Weil da vorne ein Creeper ist, den zieht. Mal ganz schnell weg. Mal ganz schnell weg. Da war noch ein zweiter Creeper, den ich nicht gesehen habe hinter mir. Passiert halt, ne. Ich hör nur so n... Das ist mal die Spinne. Das ist mal die Spinne. Und... Schon... Schon wieder zwei Creeper, ey. Sind die Kacke, oder was? Sind die Kacke, oder was? Ja, die sind Kacke. Sind halt Creeper. Ja. Penne. Ja. Dafür bin ich jetzt schon Level 2. Okay. Ein Eimer liegt hier irgendwo noch rum, verstreut. Ich bin schon Level 5. Ne, ich bin hier aber jedenfalls gestorben, du Vogel. Ich weiß. Die Creeper haben uns einen Eimer geklaut. Ja. Noch nicht kaputt. Guck mal. Küpp ich halt die Lava aus. Alter. Nein. Ich zeige nur noch größere Wasserquelle. Na Michi, was machst du? Ich überlege immer noch, was ich machen könnte. Willst du hier um ein Obergeschoss hinbauen? Hä? Ich kann sowas nicht. Das ist doch scheißegal. Chris, was machst du da? Du hast die Grenze überschritten. Alter, sind hier viele Creeper, ey. Marcel. Übergang. Lass uns mal alle schlafen gehen, ey. Hier sind mir zu viele Creeper jetzt. Na geht mal schlafen. Kann ich nicht, bin zu weit weg. Das ist mir scheißegal. Du kommst jetzt dahin. Oh Gott. Willst du es wirklich, dass ich dahin komme? Ja. Du kommst jetzt dahin, aber... Ich bin ein Bettner. Das ist mir scheißegal, ey. Ja, ich bin ein Bettner. Ja, ich bin ein Bettner. Ja, ich bin ein Bettner. Aber... Anti-Garanti. Heul doch, Mann. Alter, man geht in die Zug. nicht nicht um um ich krieg ich nicht mehr mich hier dich verfolgt ein blauer creeper ich weiß und der steht jetzt genau vor der Haustür das ist gut aber der explodiert sowieso nicht ne? also der macht nix kaputt doch geht da, geht da, lass mich rein, lass mich rein nein! und da macht die Tür los ja unglaublich ey nein, jetzt lass es mal schlafen gehen ich hab dir ein Tor geschossen hab ich gedacht der Tor geschossen die Kackst- hat der Kackstreifen frag mal nach Michi ist es jetzt Tuck ja trotzdem ist der creeper noch da ja, das verbrennt ja auch nicht ne, der brennt eben nicht, der creeper ja, ist auch richtig sag ja, sind ja halt creeper die verschwinden noch nicht Vorsicht, zwei creeper kommen zwei ist schon wieder wir haben den einen mit dem anderen getötet aber es ist immer toll, wie wir uns hier Wege bauen wieso und alle laufen übers Gras ja, Standard irgendwie da frage ich mich auch warum die Wege da sind weil es schön aussieht ja, aber wenn keiner die benutzt hätten wir sie auch nicht hinbaum brauchen naja, ist doch nicht schlimm ne war dir doch auch ein schickes Baum, was mich sieht dann verbinden wir das auch noch mhm, ja mal gucken nicht mal gucken die Decke ist ja zu tief, Christus, sieht scheiße aus ich weiß, dass die Decke zu tief ist tut mir leid, tut mir leid ich baue erstmal irgendwie das hier weiter hm hm okay, ich habe eine kleine Vorstellung ob ich das hinkriege, andere Frage ne, kriegst du nicht hin ja, danke bitte schere schere da bist der rr 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 Echt oder unecht? Ja, gefällt Reicht das auch? Weißt, was ich dazu sag? Tag, Brems, wo ist Barlow Teddy? Ne, leider geil Leider geil Ich sag dazu, schlecht Fängt man auch irgendwie Fische? Und der Angel Wie angel ich? Ja, jetzt hab ich Ist ja fast wie so ein Deja Vu für dich, war Chris? Dann hat der Michi auch gefragt Wie angel ich? Äh, nicht Michi, Swissplayer Wie angel ich? Nimm mir der Angel, ne? Wie schau ich den Angel aus? Boah, ja War ja auch ganz schön lange Bisschen Fisch am Beich Och, nein, Mann Nee, das ist jetzt ein zu hoch, Scheiße Sieht scheiße aus Na dich? Ja Cool Ich darf nicht schwindeln Boah Ey, bei mir steht immer noch 1-0 Willst du mich verarschen? Warum das denn? Scheiß Live-Ticker Ja 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 2-0 Jordi Alba Dingsverteidiger Durch das Kack streiten Balutelli Ich habe keinen Bock mehr aufhangeln Was hast du? Ich habe jetzt keinen Bock mehr aufhangeln Ich habe jetzt keinen Bock mehr aufhangeln Ja Stimmt Außer man hat ein Faible für's Angeln Ey, ich fang nix Ich habe jetzt meine Angel nochmal reingeschmissen Ich fang nix Mögen dich nicht Na, was kommt jetzt wieder von dir? Was? Wo ich gesagt habe, die mögen dich nicht Ja, ich weiß nicht, ey Also mit meiner unendlichen Wasserquelle, da würde nix anweisen Eigentlich hätte ich es andersrum bauen müssen Scheiße Ich glaube, da beißt auch nix an Ach, man Ich hätte es eigentlich umbauen müssen Verdammt Ich angele jetzt auf dem Land Mach das Na Michi, was machst du? Ich werde jetzt anfangen Ich werde jetzt anfangen Ich wollte so ein Schiff vormachen Scheiße Mit dem Baumhaus Ich wollte mir so ein Schiff Baumhaus machen Chris, kommst du jetzt bitte Aber eigentlich ist es ja voll unlogisch Wenn ich ja noch ein Obergeschoss habe Dann hätte ich die Schiffsform ja oben aufsetzen müssen Oh, ich darf ich Oh, kein Holz mehr 거의 euer Ich darf es nochmal Hallo bin ich wieder grüß kannst du dir das mal